Seid gegrüßt zusammen und herzlich willkommen zur 72. Folge von Let's Play Amsig 2 der Unibus-Imulator mit mir, Eurom Julian Rieser. In dieser Folge zeige ich euch das Update der Karte Bremen Nord Modern aus dem Jahr 2017. Die Linie 677 von Beckedorf nach Bahnhof Fegesack. Fahrzeit dauert ungefähr zwischen 15 bis 20 Minuten. Und unser Fahrzeug ist der Palma de Mallorca Citaro G. Im Festische Repaint. Graswetter ist wieder Stuttgart. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und beim Let's Play. Und Abfahrt! Sehr verehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 677 von Beckedorf nach Bahnhof Fegesack. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute der Busfahrer und werde Sie sicher und sanft durch das schöne Bremen Nord Modern begleiten. Bitte halten Sie sich gut fest und schnellen Sie sich an, wenn Sie das mögen. Sicherheit geht natürlich vor und in diesem Bus gibt es leider keine Ansagen. Bitte halten Sie ausschau, wo Sie aussteigen möchten. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen, der. Guten Morgen, der. Moin. Moin. Hi. Hi. Und wie geht's euch allen da draußen? So, mir geht's noch nicht so ganz gut. Hab noch etwas Husten, aber sonst geht's mir gut. Und ja, ich möchte mich bei euch allen schon für 44 Abonnenten bedanken. Und bitte vergessen, wenn ihr mich abonniert, eure Abonnenten auf öffentlich zu, denn es geht bis auf euren YouTube-Kanal, und dann runter, scrollt das hier den Haken dann aus, und dass eure Abonnenten auf öffentlich gestellt worden sind. Und dann, äh, geht es dann, werdet ihr auch bei mir angezeigt, wenn ihr mich abonniert. Und auch ein Dank an euren ganzen Support schon für 3.700, über 3.700 Aufrufe. Vielen Dank dafür. Und es freut mich, dass euer... Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal das Schülerticket, bitte. Immer das Schülerticket. Danke. Bitte. Ein Kurzstrecken-Ticket, bitte. Ein Kurzstrecken-Ticket. Danke. Bitteschön. Es freut mich, dass meine Eure Umstieg 2-Videos euch so gut gefallen, dass ihr immer mehr verlangt. Es freut mich zu hören, oder zu lesen, und ja, nochmal recht vielen Dank. Eure Umstieg 3-Videos euch so gut gefallen, weil es ihr euch dann steht. Guten Morgen 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 Guten Tag Danke Bitte schön Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach dieser Folge zeige ich euch die Karte Bremen-Nord modern fiktiv. Auch aus dem Jahr 2017 zeige ich euch auch noch eine Linie davon mit dem anderen Bus. Ganz zum Schluss vielleicht heute Nachmittag oder wann. Dann die neue Karte Alheim V4, da zeige ich euch die längste Linie auf der Karte. Das wäre dann die Linie NE10 glaube ich. Die Linie fährt man auch tagsüber nicht nachts. NE steht ja für Nachtexpress. Aber ich fahre es ja tagsüber. Ich glaube dir geht es 70 Minuten glaube ich. Ich werde das in die Linie sehen. Ich werde das in die Linie sehen. Ich werde das in die Linie sehen. Nächster Halt, Bahnhof, Fegersack. Dieser Bus endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Mitfahrt auf der Linie 677 und die BSAG wünscht Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bitte vergessen Sie nicht Ihre Hauptsächlichkeiten mitzunehmen bevor Sie aus dem Bus aussteigen. Also Leute, dann verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und dann sind wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play MC2 on the Bus Simulator. Mit mir eure Milieu und Rieser und ja, bleibt gesund. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und das ist unser Bus in der Palma de Mallorca, die Tauro G, in dem Fest des Schiffepenn. So dann Tschüss! Und das ist unser Bus in der Palma. So dann schlipp los! Und jetzt doch noch mal.